Ja, herzlich willkommen alle zurück zum dritten Teil mit Arne Schelling. Das ist immer kurz und knackig. Danke viel. Ja, schön euch alle zu sehen. Ich fange wie immer an mit so ein paar Gebeten. Ich hoffe, das ist es. Bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zum Buddha, zur Lehre und zur höchsten Gemeinschaft. Möge ich zum Wohle aller Lebewesen Buddhaschaft erlangen, durch die Verdienste meiner Praxis von Freigedigkeit und so fort. Möge alle Wesen Glück und die Ursachen von Glück erfahren. Möge sie frei sein von Leid und den Ursachen des Leids. Möge sie nie vom wahren Glück, das ohne Leiden ist, getrennt sein. Möge sie in dem großen Gleichmut verweilen, der frei von Abdehnung und Anhaftung ist. Möge alle Wesen Glück und die Ursachen von Glück erfahren. Möge sie frei sein von Leid und den Ursachen des Leidens. Möge sie nie vom wahren Glück, das ohne Leiden ist, getrennt sein. Möge sie in dem großen Gleichmut verweilen, der frei von Abdehnung und Anhaftung. Möge alle Wesen Glück und die Ursachen von Glück erfahren. Möge sie frei sein von Leid und den Ursachen des Leidens. Möge sie nie vom wahren Glück, das ohne Leiden ist, getrennt sein. Mögen Sie in dem großen Gleichmut verweilen, der frei ist von Ablehnung und Antworten. Ja, danke euch allen fürs Kommen. Und ja genau zu diesem dritten Teil von Anatomie des Geistes. Anatomie in dem Sinne zu gucken, wie der Geist funktioniert oder wie ich auch letztes Mal gesagt hätte, wie der Geist die Dinge auch wahrnimmt und wie der Geist entscheiden kann, was wahr ist und was nicht wahr ist oder was war in dem Sinne von gültig oder verlässlich und in dem Sinne auch zielführend sozusagen. Darum geht es sozusagen, zu gucken, welche Wahrnehmungsmöglichkeiten oder Werkzeuge der Geist hat, damit er möglichst unverfälscht und direkt und wie gesagt dieses Zielführend die Dinge so wahrnimmt, wie sie sind. Und die Anfangsgebete sind mir immer wichtig, aber ich glaube allen, dass wir, wenn wir uns in so etwas beschäftigen, dass wir natürlich das nicht machen, einfach um intellektuelles Wissen anzuhäufen oder um besser zu werden als andere, sondern wir machen das ja alles im Buddhismus immer zum Wohle der anderen Wesen, dass wir den Wunsch haben, die Wahrheit zu sehen, unseren Geist besser zu verstehen und unseren Geist zu trainieren, damit wir quasi bessere Werkzeuge sind für die fühlenden Wesen. Das Problem mit der fühlenden Wesen ist ja, dass alle so ähnlich ticken wie wir oder wie ich wenigstens. Wir wollen Glück haben und Leid vermeiden, aber aufgrund von Unwissenheit, also weil wir nicht die Wahrheit sehen, weil wir die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, aufgrund dieser Unwissenheit oder Verwirrung erkennen wir eben nicht, was zu Glück führt und missverstehen quasi die Ursachen von Glück und die Ursachen von Leid. Das heißt, obwohl wir Glück suchen, sammeln wir und alle fühlen im Wesen mehr Leid, mehr leidbringende Ursachen an und das Resultat wird dementsprechend eben leidhaft oder schmerzhaft oder verwirrend sein. Und wie gesagt, das basiert darauf, dass wir grundlegend unwissend sind und daher ist, sind dieses Kurses sozusagen vielleicht ein wenigstens Stückchen von der Unwissenheit zu beseitigen und ein Stückchen mehr die Wahrheit zu sehen, so wie sie tatsächlich ist. Basierend wirklich auf dem Verständnis, sobald wir die nicht richtig sehen und irgendwelche Kopfkinos haben, irgendwelche geistigen Vorstellungen, irgendwelche geistigen Annahmen oder dann ja alles in die Richtung, wo wir entweder Dinge sehen, die nicht da sind oder Dinge nicht sehen, die da sind, dann führt das eben ja nicht zu einer korrekten Wahrnehmung und deswegen auch nicht zu einer korrekten Einschätzung einer Situation und deswegen auch zu einem Verhalten, was sozusagen nicht korrekt ist und dann produziert das einfach nur Probleme für uns oder andere. Also das war jetzt vielleicht zu abstrakt, aber die Idee ist, wenn wir zum Beispiel nicht erkennen, dass die Dinge vergänglich sind, wenn wir denken, die Dinge sind beständig und verändern sich nicht und sind deswegen verlässlich, dann stützen wir uns sozusagen zu sehr darauf auf die Dinge und glauben, dass sie eben für immer da sind für uns, immer Glück bescheren können, verlässlich sind und all die Dinge halten, die sie versprechen, also die Dinge versprechen oder die Werbung über die Dinge versprochen hat. Aber so ist es halt nicht. Und wenn dann die Vergänglichkeit eintritt und das kaputt geht oder nicht mehr funktioniert oder ganz andere Sachen hervorbringt, als wir uns gewünscht haben, dann leiden wir. Ja, dann sind wir enttäuscht und überrascht in einem anderen Tag dieser Vergänglichkeit der Dinge. Und um sowas zum Beispiel vorzubeugen, ist es gut, die Vergänglichkeit möglichst gut zu verstehen und direkt zu verstehen, nur so als ein Beispiel. Letztes Mal hatte ich gesagt, wir haben quasi drei und da habe ich Dignaga oder Darmakirti, das sind so die großen Logiker im Buddhismus, zitiert, dass wir quasi so drei Möglichkeiten haben, um zu gucken, was wahr ist. Das eine ist so unsere direkte Sinneswahrnehmung besonders, wo wir mit unseren verschiedenen Sinnesfunktionen und Sinnesbewusstsein die Dinge wahrnehmen. Da können sich natürlich Fehler einschleichen, hatte ich letztens schon so ein paar genannt. Wenn wir in Bewegung sind, dann nehmen wir die anderen Dinge anders wahr. Oder wenn unsere Sinneswahrnehmungen eben nicht gesund sind, dann nehmen wir natürlich Dinge anders wahr. Oder ja, auch unsere emotionale Situation gerade führt auch dazu, dass wir Dinge irgendwie anders wahrnehmen. Das ist aber so dieser eine Punkt, wo wir mit den Sinneswahrnehmungen normalerweise den Erstkontakt mit der Wirklichkeit aufnehmen auf eine nicht-konzeptuelle Ebene, wo wir ganz unmittelbar die Dinge so wahrnehmen, wie sie jetzt sind. Jetzt ist das Feuerzeug genau so. Und das ist morgen oder im nächsten Moment schon wieder anders. Aber jetzt nehme ich das sozusagen wahr mit meinen verschiedenen Sinnen und setze es dann eben im Kopf zusammen. Aber die Sinneswahrnehmung an sich, die ist eben direkt und nicht konzeptuell. Und heute ist dann der Hauptpunkt, dass wir über konzeptuelle Wahrnehmung sprechen, also wie wir basierend auf etwas, was wir direkt wahrnehmen mit unseren Sinnesfähigkeiten, wie wir dann Schluss folgen können, dass da ein anderes Objekt irgendwie vorhanden sein muss. Das klassische Beispiel, wie immer, ist, wir sehen irgendwo Rauch aufsteigen. Das sehen wir direkt. Und dann können wir Schluss folgern, obwohl wir das Feuer nicht sehen, können wir Schluss folgern, ah, da muss es das Feuer irgendwo sein. Also wir nehmen direkt ein Objekt, den Rauch war, und folgern dann korrekt, ah ja, da muss es Feuer geben. Und dann, weil wir dann also die Wirklichkeit konzeptuell jetzt verstehen, obwohl wir das Feuer nicht sehen, können wir konzeptuell valide, gültig, schlussfolgern, da gibt es Feuer, dann können wir richtig mit der Situation umgehen. Wenn wir zum Beispiel Feuer brauchen, weil wir grillen wollen, dann gehen wir da hin. Oder weil wir Wärme haben wollen, dann können wir da hin gehen. Aber wenn es eher etwas ist, was uns bedrohlich ist, dieses Feuer, dann wissen wir, dass wir in die andere Richtung laufen müssen. Das kommt jetzt gleich, dann diese ganze schlussfolgernde Erkenntnis, die aber dann bitte schön gültig sein soll, damit es zielführend ist. Und die ist, wie gesagt, konzeptuell. Und die dritte Möglichkeit, wie wir Dinge wahrnehmen können, ist, dass wir Schriften oder Personen um uns herum haben, die sozusagen eine valide oder authentische Quelle sind für die Wahrheit. Wenn wir Buddhisten sind, dann nehmen wir Buddha an als eine authentische Quelle oder die Schriften von Buddha. Und vielleicht haben wir noch andere Meister, von denen wir ausgehen, dass sie valide, gültig die Dinge wahrnehmen und lehren. Vielleicht Nagarjuna, Shantideva oder unser eigener Guru. Und dann, wenn wir so eine Person haben zum Beispiel, dann können wir auch eben zum Ziel kommen. Zum Beispiel, wenn die Person einfach sagt, da hinten ist Feuer und wir sehen vielleicht noch nicht mal Rauch und wir sehen vielleicht noch nicht mal das Feuer, sondern einfach der Guru oder diese Person hier weiß, ah ja, da ist Feuer und dann kann sie uns zielführend zum Feuer bringen oder eben uns retten vor dem Feuer, je nachdem, was unser Wunsch ist. Und das ist so die dritte Art und Weise, wie wir die Dinge als gültig oder wahr wahrnehmen können. Eben mithilfe einer authentischen Quelle oder authentischen Schrift, authentischen Meister oder Meisterin quasi. Und diese dritte Art, da hatten wir letztes Mal auch drüber gesprochen, das ist schon irgendwie so ein bisschen Glaubenssache und birgt manchmal auch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ja zum Beispiel der Buddha ja zwar eine authentische Quelle für die Wahrheit ist, aber natürlich in verschiedenen Situationen verschiedene Dinge sagt, um verschiedenen Wesen zu helfen. Und deswegen können die Dinge ein bisschen im Widerspruch zueinander stehen. Das ist sozusagen ein kleines Problem, aber eigentlich eine Schönheit im Dharma. Diese Individualität oder diese Situationsbezogenheit. Und ein anderes Problem ist natürlich, dass das nicht so ein gutes Argument ist, wenn wir mit Nicht-Buddhisten sprechen. Wir können ja nicht zu einem Nicht-Buddhisten sagen, ja, da hinten ist Feuer oder Karma existiert, weil Buddha hat das gesagt. Das ist nur mäßig beeindruckend für jemanden, oder die eben nicht Vertrauen hat in der Buddha. Also genauso wie in meinem Fall, wenn jemand sagt, ja, Allah hat dies oder jenes gesagt, dann kann das sein, aber für mich ist es halt nicht überzeugend, weil ich Allah in meiner Sichtweise eben nicht als jemand verstanden habe, der oder der gültige Erkenntnis besitzt. Oder eben, wenn irgendwie, was weiß ich, mein Nachbar sagt, hier unser Hausbesitzer hat das und das gesagt, dann glaube ich auch nicht, dass unser Hausbesitzer vielleicht eine Quelle von gültiger Erkenntnis ist. Deswegen ist das dann nicht beeindruckend für mich. Das heißt, dieses dritte Werkzeug, dass wir uns auf jemanden stützen, wie zum Beispiel einen Lehrer oder Lehrerin oder auch auf Schriften, natürlich können wir viel durch schlussfolgernde Analyse auch nachvollziehen oder auch durch direkte Wahrnehmung können wir viel nachvollziehen, aber so ein Stück Restraum bleibt sozusagen, wo wir einfach dann glauben müssen oder vertrauen müssen, aber natürlich basierend auf einem langen Kennenlernprozess, wo wir uns gegenseitig kennenlernen und versuchen. Also Lama und ich dann in dem Fall und auch wenn es trotzdem nicht ganz wasserdicht sozusagen ist, sondern einfach ein Glauben oder so noch mit eine Rolle spielt oder ein Vertrauen, ist es trotzdem etwas sehr Wichtiges, zum Beispiel wenn wir einfach, wenn es uns in der Praxis an Inspiration fehlt zum Beispiel oder wir einfach manche Sachen nicht verstehen in der Praxis, dann einfach so eine Aussage zu bekommen von einer Person, die wir für valide halten, kann dann total hilfreich sein für die Praxis. Für die Theorie vielleicht nicht immer, aber wie gesagt, für die Praxis auf jeden Fall und da ist eben dann auch die Berechtigung im Buddhismus besonders. Und genau, also das sind die drei Werkzeuge und das Zweite, das ist heute so Hauptthema, Schlussfolgerung oder auch indirekte gültige Erkenntnis. Indirekt, weil es eben mit Konzepten zu tun hat. Ich glaube, letztens hatten wir auch schon darüber gesprochen, im Buddhismus haben wir Konzepte nicht so einen guten Ruf allgemein, weil die halt meist verwirrt sind oder dualistisch sind eben und uns vielleicht noch mehr verwirren und mehr in Samsara noch verstricken. Und das ist natürlich richtig, deswegen wird es oft gelehrt, aber trotzdem kann man Konzepte benutzen, um Dinge besser zu verstehen oder zu erkennen. Und wir benutzen sowieso die ganze Zeit Konzepte, wir Schlussfolgerung sowieso die ganze Zeit. Wir haben, was habe ich letztes Mal gesagt, zum Beispiel, wenn man sieht, ah, jemand hat eine Brille, der ist schlau. Oder ich möchte auch, dass wir heute über doofe Beispiele nehmen, weil wir die halt gut auseinandernehmen können. Und das ist halt dann das Interessante. Ein doofes Beispiel ist, das ist eine Blondine, die ist blöd oder so. Das ist halt total, das kann man halt mit der Logik komplett auseinandernehmen. Oder auch viele Sachen, was Nazis sagen oder was Leute auf Facebook schreiben oder so. All sowas kann man dann beleuchten mit so einer schlussfolgernden Logik und erkennt eben, dass ganz viel schlussfolgernden Logik benutzt wird in der Welt oder wir auch für uns. Dass die aber nicht wirklich schlüssig ist, sondern dass die Konzepte da wirklich ja wirklich Verwirrung stiften. Obwohl wir vielleicht denken, wir haben eine Erkenntnis erlangt durch diese Schlussfolgerung, ist es aber, ist es leider eben nicht wirklich hilfreich, weil verwirrt oder weil nicht richtig, weil die Logik nicht richtig angewandt wurde. Und dafür ist es eben wichtig, dass wir ja erkennen, wie können wir unsere Konzepte sinnvoll einsetzen. Das ist quasi das Thema heute, wie wir Konzepte sinnvoll einsetzen können, dass wir ja, dass wir richtige Schlussfolgerungen ziehen können. Wenn ich ja, die ganze Zeit, wenn ich jemanden lachen sehe, denke ich, die Person ist glücklich oder Gegenteil, weinen sie, diese Person ist traurig oder wenn ich wenn ich irgendjemand vielleicht sehe, der die Treppen hochsteigt und dann aus der Puste kommt, denke ich, diejenige Person sollte mehr Sport machen oder so. Da haben wir ganz schnell, kommen wir immer zu Schlussfolgerungen, die manchmal stimmen können, aber die meiste Zeit sagen die Lehrer ebenso zu 90 Prozent einfach nicht wirklich stimmen. Und ein wichtiger Punkt vielleicht noch, was Schlussfolgerungen angeht, da können wir eigentlich, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, was für Konzepte oder Schlussfolgerungen wir entwickeln in einer bestimmten Situation. Ich kann ja irgendwas angucken, irgendein Objekt und dann ganz viele Schlussfolgerungen haben, das Objekt, woher kommt das oder warum ist es blau oder wer hat das hier hingelegt und ich kann dann, darüber hat wir jetzt erst mal gesprochen, dann natürlich auch konzeptuell ganz viele Bewertungen reintun oder Vergemeinerungen und so weiter. Also das ist der Geist normalerweise eben, weil er so konzeptuell ist, eben sehr aktiv, aber eben nicht unbedingt zielführend. wenn wir wissen, dass wir sozusagen falsch Schlussfolgerungen das ist super, aber oft halten wir unsere Schlussfolgerungen eben für richtig und ruhen uns dann quasi darauf aus und ohne zu wissen, dass sie nicht richtig sind. Und das ist so ein bisschen das Thema heute zu gucken, wie können wir richtig Schlussfolgerungen, wie können wir Konzepte richtig und ihr kennt das sicher aus der tibetischen Tradition, tibetischen buddhistischen Tradition ist dann natürlich Debatte ein großes Thema, habt ihr sicher schon gesehen, wo Nonnen oder Mönche so debattieren und da werden oft eben diese schlussfolgenden Erkenntnisse angewandt und seine Heiligkeit hat auch gerade über Debatte auch gesagt, dass das wirklich ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt ist, um überhaupt die Wahrheit zu erkennen. Und Song Zekenzel hat auch gesagt, so Debatte oder schlussfolgende Logik anzuwenden, zielt nie darauf ab, dass wir gewinnen, sondern dass wir, wenn es was zu gewinnen gibt, dass wir an Weisheit gewinnen und zwar beide Parteien irgendwie. Also wenn wir heute über Konzepte oder Logik sprechen oder Schlussfolgerungen, dann geht es eigentlich nicht wirklich um irgendwas Intellektuelles oder Gedankliches, sondern es geht darum, unsere Konzepte, unsere Gedanken irgendwie mit Neugierde zu benutzen, um neugierig zu gucken, ob das, was wir wahrnehmen, gültig ist oder nicht. Und dass wir dann nicht nur intellektuell, sondern dann wirklich so ein Aha-Erlebnis haben. und solche Dinge sind auch wichtig im Rahmen der Meditation, wenn wir analytische Meditationen wie Passaner praktizieren, dann basiert das natürlich auch darauf, dass wir Schlussfolgerungen oder unsere Konzepte richtig benutzt haben. Wir können ja irgendein Objekt angucken und dann sieht das heute anders aus als morgen und übermorgen wieder anders und dann unsere Augen sehen aber immer nur das jetzige Objekt. Aber dann unser konzeptueller Geist kann dann Schlussfolger Vergänglichkeit. Unsere Augen können ja Vergänglichkeit nicht wahrnehmen. Die sehen ja immer nur einen Nanomoment sozusagen. Aber wenn wir das dann konzeptuell vergleichen, wir sehen die Ähnlichkeit, aber dann kleine Unterschiede über die Zeitachse, dann kommen wir zum Beispiel da auf das Verständnis. Dinge sind vergänglich und das können wir durch Schlussfolger und Logik so eine Erkenntnis bekommen und dann darüber meditieren in Vipassana. Und das ist dann auch wirklich der Unterschied, wenn wir es nur intellektuell verstehen, dass die Dinge vergänglich sind, das ist okay, das ist schon mal ganz gut, aber aus buddhistischer Sicht ist so ein intellektuelles Verständnis wird es einsortiert in ein Zweifel der Richtung Wirklichkeit zeigt. Das ist sozusagen ein Zweifel, weil es nur ein intellektuelles Verständnis ist und wir es nicht wirklich wissen. Wohingegen wir jetzt durch diese schlussfolgernde Erkenntnis versuchen wollen, wirklich zu erkennen, wie die Dinge wirklich sind und dann wirklich so ein Aha-Erlebnis haben. Ja, da muss Feuer sein. Geht schnell weg und allen Bescheid sagen, das ist gefährlich. Und genau, das ist das, was ich am Anfang sagen wollte. Und bevor wir dann jetzt wirklich einsteigen, wollte ich kurz fragen, ob das soweit klar war oder ob ihr irgendwas fragen oder besprechen möchtet darüber. Und wenn ihr was sagen möchtet, dann einfach euch freischalten. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu vier Bildern, die hat im Prinzip Brigitte glaube ich schon ein paar Mal gesehen. Das so einfach als Grundlage. Da geht es um Mengenlehre. Habt ihr sicher alle schon mal in der Schule auch gehabt. Vielleicht machen wir das so, dann könnt ihr gleich alles gleichzeitig sehen und hintereinander. Und ich habe da so ein paar Beispiele einfach. Das ist jetzt nur so dargestellt, das sind eigentlich zwei exakt gleiche Kreise. Das heißt, was ich jetzt hier kurz besprechen will, ist, es ist wichtig für Schlusswork eine Erkenntnis, dass wir wissen, wie die Dinge in Beziehung zueinander stehen. Wird gleich Sinn machen. dass wir hier einen Kreis haben der vergänglichen Dinge. Alle Dinge, die vergänglich sind, sind warum vergänglich? Weil sie zusammengesetzt sind, compounded. Also das ist sozusagen total immer die gleiche, wenn wir in Mengenlehre sprechen, es ist immer genau das Gleiche. Alles, was vergänglich ist, ist zusammengesetzt. Alles, was zusammengesetzt, ist vergänglich. Also das ist hier nur so dargestellt, weil die übereinanderliegen, die Kreise, aber das könnte man ja sonst nicht sehen. Aber es sind einfach exakt die gleichen Dinge. Hier in meinem Untersetzer, dass hier alles, was vergänglich ist, ist zusammengesetzt, ist wirklich genau deckungsgleich. Und das ist hier der Punkt, wenn, so können zum Beispiel Dinge sein, in dieser Beziehung stehen, dass sie einfach synonym quasi sind oder äquivalent sind. Dann eine andere Möglichkeit wäre, dass sie komplett konträr sind. Dinge, die unbeständig sind, die Dinge, die beständig sind, sind nicht unbeständig, die sind komplett das Gegenteil. Heiß, kalt, Buddha und fühlende Wesen oder so, ganz anders. Dann eine dritte Möglichkeit, wie die Dinge in Verbindung stehen, ist, dass eins eine große Menge ist und dass ein anderes eine Untermenge davon ist. Also in der riesigen Menge von Vasen in diesem Fall haben wir rote, gelbe, grüne, blaue, aber auch goldene. Also die goldenen Vasen sind sozusagen eine Untermenge innerhalb der großen Menge der Vasen. Oder ein anderes Beispiel ist in der großen Menge von Obst, da haben wir Mango, Birne, Banane, Apfel, aber auch die Untermenge Kiwis. Gleich fertig, die Schürte. Kennen wir sicher auch noch aus der Mathematik, wenn zwei größere Mengen sich überschneiden, hier als Beispiel haben wir alle Butanesen auf dem linken Kreis, da gibt es dann Sönam, da gibt es Tashi und so weiter und da gibt es Zangzerkänzerin Butsche und dann haben wir hier im rechten Kreis alle Könige oder Königinnen, da gibt es dann welche vielleicht aus England, aus Schweden oder so, aber dann gibt es eben auch den König von Butan, der ist dann sowohl Teil der einen großen Menge nämlich Butanese sein und Teil der anderen großen Menge nämlich König oder Königin sein. Das ist wirklich kein Zauberwerk erinnern wir sich alle noch von der Mathematik nochmal kurz entweder sind genau synonym deckungsgleiche Kreise oder deckungsgleiche Mengen oder haben wirklich keine Übereinstimmung oder sind komplett konträr entweder sind die Dinge in dem Kreis die beständig sind oder in dem Kreis die unbeständig sind oder eben eins ist die größere Menge und das andere ist eine Untermenge alle Stifte und dann alle blauen Stifte oder eben es gibt zwei Mengen die sich ein bisschen überschneiden und dann gibt es eine Schnittmenge die eben dann beides die dann eine Schnittmenge ist eine neue Menge von der Gruppe oder den Leuten in diesem Fall für die beide Definitionen oder Charakteristik dazu treffen so das dazu wird noch schlimmer heute so wenn wir jetzt das werden wir gleich benutzen diese Mengen und wenn wir über Schlussfolger eine Erkenntnis wie gesagt sprechen dann soll das natürlich eine bültige Erkenntnis sein wir wollen ja wirklich zum Ziel kommen wenn wir Rauch sehen wollen wir nicht schlussfolgern da war jemand so doof und hat den Herd angelassen oder so das kann stimmen aber das ist natürlich nur Glückssache wenn wir das annehmen dass es dann stimmt aber es ist wir wollen einfach schlussfolgern korrekt ah ja da ist Feuer das heißt die schlussfolgende Erkenntnis ist gültig zielführend und sie ist nicht täuschend sie führt genau dahin zu dem was möglich ist und dadurch erkennen wir dann was was Neues was wir vorher nicht wussten vorher haben wir da einfach nur gesehen Wolken und Rauch und dann plötzlich kommen wir zu dem Verständnis ah ja Feuer Aha Erlebnis war uns vorher nicht bewusst und plötzlich ist es uns wieder bewusst und und dafür und dafür brauchen wir sozusagen ja es ist immer quasi so eine gleiche Struktur so eine Schlussfolgerung es ist immer so was nehmen wir jetzt als Beispiel na die die Zitrone ist eine Zitrusfrucht oder Pampelmus ist eine Zitrusfrucht weil sie Obst ist oder so ähm und das ist immer so die Struktur wir haben ein Subjekt über das wir was rausfinden möchten zum Beispiel Brigitte ist Brigitte über die wollen wir was wissen und dann irgendwas ähm dann haben wir irgendwas was wir beweisen wollen nämlich zum Beispiel ist super schlau Brigitte ist super schlau und dann gibt es noch eine Begründung dazu weil ähm sie ich weiß nicht drei Doktortitel hat oder so also das ist immer so die Struktur und die müssen müssen wir heute so im Hinterkopf haben immer Subjekt ist Prädikat weil Begründung ne das ist die Logik hier ähm Chris kann sehr gut Gitarre spielen weil er 20 Jahre Unterricht hatte oder so ne ähm immer so ist ist das aufgebaut A ist B weil C ne das das ist äh das heute so bitte im Hinterkopf haben und basierend auf diesen drei Dingen ähm 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 versuchen wir dann die Dinge ähm ja zu richtiger Erkenntnis kommen wenn wir zum Beispiel ähm ja es gibt so warte mal ich hab doch hier so ein klassisches Beispiel obwohl wir können mit diesem einfachen anfangen ich mach mal hier einfach ein Word-Dokument auf dann schreibe ich da einfach mal rein so was hatte ich gerade ich nehme mal Pampelmuse das ist also A wir haben die Struktur ist A ist B weil C so jetzt haben wir Pampelmuse ist und mal gucken ähm ob wir es direkt richtig machen ist eine Citrus weil sie eine Frucht ist so ähm das ist quasi immer wie wie die Dinge ähm aufgebaut sind oh warte ich wollte doch ganz anders machen heute habe ich doch priviert der Folge gesagt Entschuldigung Entschuldigung ich wollte es so machen so nochmal ähm Pampelmuse ist eine Zitrus das muss jetzt nicht so gut aus deutsch sein soll ja auch möglich so sein dass wir verstehen um was es geht hier ähm ich weiß nicht mehr warum ich hier nicht mehr reinkomme doch jetzt hier ist so das ist sozusagen jetzt der erste Satz den wir jetzt ähm oder diese Begründung die wir mal beweisen wollen ja dann ähm gibt es eben jetzt mehrere Dinge wie wir das untersuchen und das ist erstens einmal ups einmal wollen wir untersuchen ob diese Verbindung stimmt auf Pampelmuse Obst ist und da können wir sagen ja Obst ist die große Menge wie vorher die Vase und da war ja die goldene Vase eine Untermenge und Pampelmuse ist definitiv eine Untermenge darunter also das passt schon mal gut dann die nächste Sache die wir testen wollen ist diese Verbindung und da ist die Frage ist alles was Obst ist notwendigerweise eine Zitrus und stimmt das oder stimmt das nicht genau ich sehe ein paar Kopfschüttelnde Menschen genau das stimmt nämlich nicht haha deswegen Fehler jetzt noch eine andere Möglichkeit was wir jetzt noch testen müssen wäre noch die dritte Möglichkeit wäre so rum wo wir fragen alles was keine Zitrus ist ist notwendigerweise kein Obst klingt jetzt mal kompliziert alles was keine Zitrusfrucht ist zum Beispiel Apfel ist notwendigerweise kein Obst stimmt auch nicht wir machen das einfach nochmal an dem ähnlichen Beispiel was funktioniert und dann gucken wir mal wie es besser passt hier Pampelmuse ist ein Obst weil sie eine Zitrus ist so jetzt gucken wir das wieder an wenn wir wieder das letzte und das erste gucken Citrus und Pampelmuse das macht Sinn Citrus ist eine größere Menge und Pampelmuse ist eine Untermenge davon also Pampelmuse ist eine Citrus das stimmt und jetzt gucken wir das hier an hier oben habe ich das falsch rum gemacht das war egal wir machen das jetzt nochmal so also wie das hier wenn wir hier diese Frage stellen sorry ich bin gleich wieder also hier bei dieser zweiten Frage müssen wir fragen doch es war richtig alles was eine Citrus ist ist notwendigerweise Obst das stimmt also alles war richtig soweit so hier beim zweiten alles was eine Citrus ist ist notwendigerweise Obst das stimmt aber ist es ist das hier auch richtig alles was kein Obst ist ist notwendigerweise auch keine Citrus stimmt das Marlene was ich jetzt nicht verstehe bei dieser Übung wieso man die Negation mit rein bringen muss weil wir sozusagen ausschließen wollen dass es irgendwie ja weil es einfach rückwärts und vorwärts sozusagen stichhaltig ist und diese Negation ist deswegen wichtig weil wir gucken wollen in diesem Fall dass es nur eine Citrus hier geben kann wenn Obst vorhanden ist wir müssen einfach um wirklich eine Logik vollständig wasserdicht zu haben muss einmal sozusagen die positive Beweisführung stimmen was immer eine Citrus ist Obst und gleichzeitig muss es auch negativ sozusagen stimmen was alles kein Obst ist darf dann auch keine Citrus sein ist einfach so wir müssen in beide Richtungen alles ausschließen was 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 sich ein Fehler einschleichen könnte aber durch die Negation also wenn man zum Beispiel das obere Beispiel nimmt Pampelmuse ist eine Citrus weil sie Obst ist das ist das ist das ist an sich ja schon unlogisch genau wenn eine okay aber das ist ja doch die Negation schon wenn man das quasi als Gleichung aufschreibt und man stellt in dieser Gleichung eine Negation da dann ist das doch damit stimmt ja das Beispiel nicht da kann man ja schon sagen die Logik stimmt nicht genau aber hier gibt es halt diese drei Methoden hier um das zu untersuchen und da gucken wir als erstes wenn wir jetzt nochmal das obere angucken ist Obst und Pampelmuse stimmt das ja Pampelmuse ist Obst und jede Pampelmuse ist Obst genau und dann ist die nächste Frage ist Obst denn notwendigerweise immer Citrus und das ist eben nicht der Fall und aber hier unten im zweiten Fall ist es eben so Citrus ist notwendigerweise immer Obst aber um sicher zu gehen müssen wir eben noch die Negation machen ist es immer so wenn es keine Citrus ist dass es dann auch kein Obst ist um einfach ganz sicher zu sein und alles was und das ist eben auch hier falsch weil zum Beispiel Aprikose ist kein Citrus aber ist trotzdem Obst deswegen hier unten etwas was kein Obst ist notwendigerweise auch keine Citrus da macht es Sinn und wirklich es ist einfach nur um es wasserdicht zu machen wenn wir irgendeine Aussage haben ist es auch wenn sie erst mal okay klingt also ich finde zum Beispiel der erste Satz Pampemuse ist ein Citrus weil sie Obst ist finde ich klingt erst mal okay irgendwie aber aber macht wenn wir beim genauen hinschauen eigentlich gar keinen Sinn aber die zweite Zahl Pampemuse ist ein Obst weil sie ein Citrus ist macht Sinn weil sozusagen die Mengenverhältnisse die Größenverhältnisse intakt sind jetzt kann man sich fragen warum das alles ich meine das machen wir alles um buddhistische Texte wirklich gut verstehen zu können wo eben von verschiedenen Themen oder Begriffen und Definitionen gesprochen wird und wir erkennen müssen wie die wie die zusammenhängen und ob die Schlussfolgerungen die daraus gezogen sind richtig sind oder nicht und insbesondere da Marlene fragte insbesondere dieser zweite Ding ich teile es nochmal kurz wo wir negieren dieser Teil alles was kein Obst ist ist notwendigerweise keine Zitrus dieser Punkt wird ganz viel in der Madhyamica in der Madhyamica Belehrung benutzt wo wir eben so über Negation ja wirkliche Existenz quasi widerlegen Marlene du wolltest noch was sagen ja was was ist denn dann die Quintessenz aus diesem zweiten Satz also man muss ja um die eigene Logik zu bestätigen muss man ja dann zu einem Ergebnis kommen was wäre denn das Ergebnis genau das Ergebnis stimmt genau und jetzt damit nicht immer ich nur ich nicht nur immer rede also hier genau hier haben wir jetzt bewiesen dieser Satz hier unten stimmt Pampamuse ist dann Obst weil sie eine Zitrus ist klassisches Beispiel Klang oder jede Form ist vergänglich weil sie zusammengesetzt ist das ist so ein klassischer Klassiker also egal was wir haben die Tasse die ich angucke oder das Feuerzeug oder mein Körper ist ist vergänglich weil er zusammengesetzt ist der ist entstanden durch Eizelle und Samenzelle und dann tausend Faktoren und Bedingungen und deswegen ist er vergänglich deswegen ist er sterblich und das ist quasi dann der Aha-Moment den man daraus kriegt zum Beispiel das kennen wir sicher von Sokrates auch er hat ja ähnliches gesagt er sagt alle Menschen sind sterblich Sokrates ist ein Mensch daher ist Sokrates sterblich also alle Menschen sind sterblich stimmt Sokrates ist ein Mensch stimmt auch und daher ist Sokrates sterblich lass das mal kurz angucken ich schreibe das mal hier wieder auf jetzt löschen wir mal hier die ganze oder wir speichern das einmal vielleicht und jetzt löschen wir alles was wir hier beweisen wollen ist Sokrates ist sterblich macht Sinn in der großen Menge der Menschen gibt es Wolfgang Günther Hanno Amadeus und Sokrates zum Beispiel stimmt dann die zweite Frage ist diese Verbindung ist alles was ein Mensch ist oder ist jeder der ein Mensch ist ist der notwendigerweise sterblich ihr könnt gerne mal nicken oder Daumen hoch oder runter machen damit ich sehe wie ihr denkt genau ich sehe ein paar Daumen hoch genau alle Menschen sind notwendigerweise sterblich das stimmt und im Umkehrschluss wenn wir es jetzt wieder negativ anschauen die dritte Richtung ist alles was nicht sterblich ist ist notwendigerweise kein Mensch oder anders ausgedrückt alles unsterbliche alles was unsterblich ist kann kein Mensch sein was denkt ihr Daumen hoch oder runter danke ich für einen Daumen Arne ich glaube die Richtung der Pfeile ist wichtig und die muss umgedreht sein es zu Mensch muss der Pfeil auf Mensch sein ja das hier genau wenn man den ersten anguckt der kann eigentlich so oder so sein aber die Frage ist sozusagen ist in der Gruppe der Menschen Sokrates enthalten ja so nicht jeder Mensch ist Sokrates deswegen ist der eine Richtung falsch das war vorhin auch schon so deswegen war es nicht logisch der Punkt ist sozusagen dass die Begründung Mensch sein größer sein muss als das was wir beweisen wollen also es muss innerhalb der Gruppe von Menschen muss es Sokrates geben das ist der erste Punkt den wir checken wollen und deswegen hatte ich es halt zuerst mit diesem Pfeil einfach wir fangen hier an zu denken innerhalb der Menschen ist da Sokrates enthalten so war meine Frage deswegen mein Pfeil so aber man kann natürlich wie Wolf warum heißt du anders hier bei mir da kann man natürlich man kann es auch anders formulieren aber der Punkt ist ja innerhalb der Menschen gibt es da Sokrates ja zweite Frage sind alle Menschen notwendigerweise sterblich ja sind alle nicht sterblichen sind alle unsterblichen notwendigerweise kein Mensch ja also alles was unsterblich ist zum Beispiel Leerheit ist kein Mensch oder Buddha Natur ist kein Mensch was schick wäre ob ihr vielleicht in Chat mal irgendwelche können auch gerne lustige Dinge sein schreibt irgend solche Sätze A ist B weil C und dann können wir die auseinander nehmen zusammen und wie gesagt das können gern ganz doofe Nazi Parolen sein und dann werden wir sehen wie wenig die stimmen oder es kann irgendwas sein was irgendwelche Leute in irgendwelchen Gruppen auf Facebook posten und wo man nicht genau weiß wie man damit umgehen kann oder wo da eigentlich der Fehler ist irgend sowas also wenn ihr mögt könnt ihr das gerne in Chat was reinschreiben entweder an alle oder nur an mich und dann können wir das mal zusammen angucken kann wirklich auch lustig sein es kann sowas sein wie auch Meditation ist gut weil es sich gut anfühlt ist nämlich gar nicht so ohne so einen Satz oder auf Facebook hatte ich letztens gesehen Buddhisten die die Sutras leben sind Theoretiker und praktizieren nicht solche Sachen oh Anja ich weiß nicht ob das geht aber ich sammle erst mal schreibt gerne irgendwas überlegt euch irgendwas lustiges nettes oder provokatives oder besonders doofes und dann können wir das mal angucken ich habe gestern mal so überlegt es gibt ja den Satz Ausländer sind doof weil sie unsere Arbeitsplätze wegnehmen das kann man so schön auseinander nehmen und auf allen Ebenen zeigen wie das falsch ist Arne hier kamen ein paar jetzt nur an mich weil ich wahrscheinlich der Haupthost bin ich poste die mal eben öffentlich dann siehst du die okay gut danke achso ich wollte gerade nur die Zeit überbrücken damit ihr denken könnt aber ihr seid schnell alles bundeswelle getauft ist eins vorher noch früher war alles besser weil es früher war A ist doof weil sie mich gehauen hat haben wir noch mehr also wir können ja mal mit dem ersten hier anfangen Arne ist buddesweller getauft wurde das ist glaube ich der einfachste und ihr könnt gerne weiter überlegen und an mich schreiben oder an brigitte und dann brigitte wirft es dann in die runde also Arne ist buddhist weil er getauft wurde so so mag jemand das vielleicht durch exerzieren mit mir zusammen Wolfgang darf ich als freiwilligen aussuchen ja also Arne ist buddesweller getauft wurde was ist die erste Verbindung die wir checken wollen Arne wurde getauft genau ich drücke so aus wie ich es gewöhnt bin also aus der großen Gruppe aller die getauft sind ist Arne in der Gruppe drin deswegen habe ich diese komische Richtung halt und ja aus der großen Gruppe der Leute die getauft sind ist Arne ein Element und das weiß wahrscheinlich nur ich hier und die Antwort ist yes korrekt aber wir machen das trotzdem mal größer den den dem Pfeil einfach nur sorry Technik hier ist noch sehr neu für mich so wollten wir es machen also das stimmt danke Wolfgang und jetzt die zweite Frage sind alle getauften Buddhisten genau und da musst du sozusagen da muss dieses Wort notwendigerweise mit rein sind alle getauften notwendigerweise Buddhisten ja was denkt ihr was denkt Wolfgang nein Error nice try und jetzt die dritte Frage mit dieser Negation sind alle Buddhisten getauft sind 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 alle die nicht Buddhisten sind auch nicht getauft genau sind alle nicht Buddhisten notwendigerweise nicht getauft ja was denkt ihr das ist wirklich immer das schwierigste diese dritte Aktion also nein ist falsch Buddhisten notwendigerweise nicht getauft genau ist falsch kannst du zum Beispiel sagen jemand der nicht Buddhist ist und nicht getauft ist zum Beispiel ein Islam sehr gut genau das ist noch so ein wichtiger Punkt wenn gerade wenn man achso genau deswegen haben wir hier wieder ein R ups entschuldigen Sie ein Error genau wenn man immer so ein Error findet also nicht Logik dann ist es immer wichtig wie Wolfen gerade gemacht hat dann ein Beispiel zu nennen also der erste Fehler war alle die getauft sind sind ja nicht notwendigerweise Buddhisten zum Beispiel Papst der Papst und dann alle nicht Buddhisten sind notwendigerweise nicht getauft das stimmt nicht weil es nicht Buddhisten gibt die auch nicht getauft sind wie zum Beispiel jemand aus dem Islam genau und da kann man auch dann einfach irgendeinen Namen nennen irgendwie aber genau wenn wir Beispiele nennen ist immer da müssen wir natürlich dann immer Beispiele nennen insbesondere wenn wir uns mit jemand unterhalten oder debattieren da müssen wir immer ein Beispiel nehmen was was wir beide akzeptieren zum Beispiel der Papst akzeptieren wir vielleicht alle dass der getauft wurde aber kein Buddhist in Artishas Definition ist der Zuflucht zu Buddha Lama sehr gut danke Wolfgang Chris wolltest du was sagen ja was hast du gesagt dass es alle Nicht-Buddhisten sind nicht getauft oder alle Nicht-Buddhisten sind getauft diese dritte die dritte Richtung hier ja da da ist die Frage ob alle Nicht-Buddhisten notwendigerweise also unbedingt nicht getauft sind das ist das was hier unten steht sind alle Nicht-Buddhisten notwendigerweise nicht getauft Nicht-Buddhisten können wir eben zum Beispiel jemand aus dem Islam nehmen und ist der notwendigerweise nicht getauft was was für die möglichkeit ist wenn wir sagen dass alle Nicht-Buddhisten sind getauft genau das ist aber nicht sozusagen Teil der Untersuchung alle Nicht-Buddhisten sind getauft genau das ist eher so hier in der zweiten Herangehensweise wo wir sagen ob alle die getauft sind notwendigerweise Buddhisten sind das ist sozusagen eher die Richtung die du gerade ansprichst aber hier sprechen wir dann an im Umkehrschluss ob es irgendwelche Leute aus anderen Regionen gibt die auch nicht getauft sind das ist sozusagen das was wir herausfinden wollen Sabine war glaube ich die erste so kannst du mich hören sehr gut sogar gibt es auch Beispiele also die zweite und die dritte Richtung sozusagen der Pfeile gibt es auch also ist das immer beides Error oder beides Nicht-Error gibt es auch Beispiele wo das in eine Richtung Error ist um bei dem Begriff zu bleiben und in die andere aber stimmig gibt es so okay ich weiß nicht ob ich eins habe aber ich glaube was ich hatte mit den Ausländern war auch auf beiden falsch ich weiß nicht ob ich so schnell eins konstruieren kann aber es kann wirklich eins von beiden sein oder beide sein oder eben keins also alle Möglichkeiten sind da rickete weißt du zufällig eins aus dem kopf wo nur eins kann ich dir auch gerade kein sagen was in eine Richtung stimmt ich gucke mal kurz mal ich das angucken getauft wurde ich werde drüber nachdenken bis zum nächsten mal auch wenn es nur in eine Richtung nicht gültig ist dann ist es grundsätzlich eine ungültige schlussfolgerung genau alles klar okay also eine Richtung reicht sozusagen genau dann ist das folgerung ungültig zu machen ja okay danke wie wäre der satz arne ist mensch weil er getauft wurde wenn wir jetzt mal davon ausgehen dass eigentlich tiere und so weiter nicht getauft werden okay lass mal alles gucken mal gucken ob ich das hinkriege ja arne ist mensch das ist auch interessant so habe ich jemand der oder die freiwillig mit mir da durch geht durch die drei möglichkeiten ich glaube Sabine wollte doch oder ja dann mache ich das weil ich auch gefragt habe du bist schuld ich danke dir das kann ich gut mit leben aber ich mache das ja mit dir zusammen also ja genau die erste die erste hatten wir ja schon dass du in der Gruppe der getauften bist genau sorry du yes check check und dann dann bist du warte mal warte mal getauft wer ein mensch ist ist getauft nein wer getauft ist muss ein mensch sein wer getauft ist muss notwendigerweise ein mensch sein stimmt das oder stimmt das nicht wer getauft ist muss notwendigerweise ein mensch sein also nach christlichem glauben wahrscheinlich schon ja brigitte glaube ich hat das auch in dem sinne ich gehe jetzt mal davon aus weil sonst ist es schwierig so ein beispiel ja genau also gibt es auch leute die ihre tiere taufen aber gehen wir mal davon aus ja dann das stimmt check und jetzt nochmal umkehrschluss mit der negation liebe sabine niemand der kein mensch ist kein wer kein mensch ist kann auch nicht getauft sein genau alles was kein mensch ist notwendigerweise nicht getauft alles was kein mensch ist ist notwendigerweise nicht getauft brigitte ist auch ähnlich oder weil alles was kein mensch ist also gibt es ein gibt es etwas was kein mensch ist aber getauft ist ne also nicht nach christlichem glauben wie gesagt irgendjemand taucht vielleicht auch sein schaf aber ja dann ist das auch wieder ja schwierig nee warte mal aber eigentlich ist doch was falsch hier wieso arne ist ein mensch achso doch wann er getauft wird das ist echt tricky ne rigitte ist schuld nee nee aber das stimmt wir haben doch alles richtig arne ist getauft das stimmt alle die getauft sind sagen wir mal aufgrund des christlichen glaubens sind notwendigerweise menschen ja und dass keine wesen außerhalb der menschen wie zum beispiel tiere oder dämonen die notwendigerweise nicht getauft sind ich dann verdreht sich immer den kopf dabei durch das notwendigerweise ist die aussage falsch warum ich muss ich mal kurz angucken warte mal alle warte mal ich muss mal kurz teilen alle also alle nichtmenschen sind notwendigerweise nicht getauft ja ist aber richtig die aussage oder mit dem notwendigerweise oder was ist dein punkt Wolfgang das ist wirklich so tricky mit dieser dritten Version das anzugucken weil man da entweder einmal zu viel oder einmal zu wenig die Negation hat was machen wir jetzt wir hören nicht falls du schon sprichst ich verstehe das erkenntnis leitende bei dieser Negation nicht was hat diese Negation also alles was kein Mensch ist ist notwendigerweise nicht getauft was hat das mit dem Ausgangssatz den wir logisch beweisen wollen zu tun ich sehe da noch nicht genau weil ich sage hier ist es normalerweise reicht sozusagen der erste Schluss also der normalerweise ist sozusagen hier normalerweise ist das hier das Wichtige also alles was unten ist ist sozusagen erstmal das ist eigentlich das Haupt Wichtige aber in manchen Fällen ich komme zum Echtleiter jetzt habe ich keinen vorbereitet dafür ist dieser dritte eben nicht richtig und dann wirft es eben doch alles auseinander ja aber darf ich nochmal ganz kurz dazwischen Arne ist Mensch ist doch auch eine Aussage also das gehört ja zu der Beweisführung dazu genau das ist das was wir beweisen wollen Arne ist Mensch das ist das was wir beweisen wollen und Brigitte hat halt dieses komische Beispiel hier gebracht weil Taufen natürlich eigentlich eigentlich so komisch würde ich mich darüber niemals definieren dass ich Mensch bin aber sie hat halt recht weil Mensch und Getauft sein eben aus christlicher Sicht total immer zusammen gehören entweder das eine oder das andere Arne ich glaube der Fehler bei dem Beispiel mit Taufen und Menschen wenn wir jetzt im christlichen Sinne davon ausgehen also ich kenne das ja A B C warte mal vielleicht darf ich einmal ganz kurz meinen Bildschirm teilen ich kenne das in dieser Darstellung also Arne ist Mensch weil getauft das C der Grund größer sein muss als die anderen beiden aber in dem Sinne wenn du sagst dass nur Menschen getauft sind dann werden ja dieser Kreis und der Kreis gleich groß genau aber ich der A A ist B nee aber C muss in der Mitte sein C ist der mittlere Kreis ja du hast recht stimmt das muss so rum sein genau Mensch genau so rum nee oder ja Arne ist Mensch also zur großen Gruppe der Menschen ist Arne ein Bestandteil yes und aus der großen Gruppe der Menschen sind die kleinere Gruppe die die getauft sind es gibt die nicht getauft genau und auf Gruppe der getauften ist Arne der Element genau das ist schön dass du das gemacht hast danke dir aber dann ist ja dann wäre ja wenn wir eben davon ausgehen dass nur Menschen getauft und jetzt mal davon ausgehen Tiere können nicht getauft werden dann werden ja Mensch und taufen wären Tönchek die wären eins genau die wären gleich groß das ist genau und deswegen jetzt schlage ich zurück Brigitte hast du ein falsches Beispiel genannt weil genau es ist tricky aber ich ich denke mir bis zunächst mal eins aus und Brigitte vielleicht oder ihr könnt mir eins e-mailen wenn euch eins einfällt genau aber diese Grafik ist wichtig die Brigitte gerade gezeigt ich habe die hier nochmal einfach so als ABC also A ist B weil C diese Größenverhältnisse die müssen stimmen A ist ein Mensch B weil er getauft ist natürlich können können wie in unserem Beispiel sind Mensch und getauft sozusagen gleich groß das ist fein aber der Grund darf nicht größer sein als das was wir beweisen wollen ja wir dürfen nicht sagen ist eine Citrus weil es eine Frucht ist da wäre die Frucht größer als die Citrus C wäre größer als B und das funktioniert nicht man kann nicht sagen nur weil es eine Frucht ist ist es notwendigerweise eine Citrus falsch es gibt Aprikosen dann ist die Aussage nur Menschen werden getauft falsch deswegen geht das nicht mit dem Beispiel weil es unlogisch ist nur Menschen zu taufen nee aber innerhalb der christlichen Logik sind eben die ist die Gruppe der die getauft werden können und die 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 Menschen sind die sind gleich groß halt ja und deswegen funktioniert es nicht man könnte natürlich überlegen ob mal kurz ein einfaches Beispiel nehmen oder nicht ein einfaches dass mal ein Beispiel nehmen was vielleicht einen Aha Effekt hat damit wir die Frage beantworten können ich muss mal kurz überlegen welches wir nehmen ich habe mir hier aufgeschrieben gehabt genau wie wäre es mit dem hier ich werde sterben weil ich von Natur aus ein Buddha bin ich schreibe das mal auf also ich nehme mich einfach als Beispiel Arne ist Fromm weil er Buddha ist weil Arne wird stellen weil er von Natur aus Buddha ist so ist ein komischer Satz mal gucken vielleicht führt das ja zu irgendein Aha Erlebnis gibt es irgendeinen Freiwilligen mit dem wir das hier durch durchgehen Paula magst du versuchen Dieter wolltest du du bist deine Hand hoch oder wolltest du was sagen ich wollte was anderes fragen dann frag mal ich fänge immer noch ein bisschen am ersten Beispiel so gerade die dritte Beweisführung alle alle nicht sterbenden sind quasi keine Menschen jetzt frage ich mich kann ich diese Beweisführung eigentlich als gültig hernehmen weil wenn ich von der Nichtsterblichkeit oder sage alle die nicht sterben sind keine Menschen ja jeder Mensch muss sterben kann ich sagen ist gültig andererseits lege ich doch aber wieder ein Konzept zugrunde einer Nichtsterblichkeit die ich als normaler Mensch nicht beweisen kann ob es das überhaupt gibt genau deswegen hatte ich da als Beispiel gesagt alles was das zum Beispiel Leerheit ein Beispiel ist für etwas was unsterblich ist weil es nicht zusammengesetzt ist nicht erschaffen ist und und das ist eben kein Mensch das wäre ein Beispiel dafür für diese dieses Dritte alles was kein Mensch ist ist automatisch alles was unsterblich ist genau alles was unsterblich ist genau das ist ein Beispiel dafür für das was unsterblich ist und dann kein Mensch sein kann genau manche ich bin gerade hier kommt am Rauch Dieter hat es Sinn gemacht oder wenn ich von diesen Gedanken aus gehe wieder ja 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 lass mal das hier nehmen weil das was ich gerade zeige weil das ist auch so ein bisschen ähnlich wo es auch vielleicht ein bisschen Richtung Leerheit gehen können also was wir hier beweisen wollen ist Arne wird sterben und jetzt ist die Frage ist das ein guter Grund aber was wir beweisen wollen ist Arne wird sterben wenn wir jetzt einmal ich mache das jetzt einfach mal laut hier neu für mich wenn wir einmal diese große Richtung gucken da ist dann quasi die Frage ob die Natur des Buddha Seins in jedem Moment von Arne vorhanden ist na was sagt ihr das ist doch jetzt kommen wir doch mal ein bisschen zu interessanten Themen hier und ja hören wir so dass die Buddha Natur sowieso zeitlos ist und immer vorhanden ist und dass Miller Reeper auch sagt man kann jederzeit Budderschaft erreichen sogar Arne weil eben der Geist immer dabei ist und die Natur des Geistes immer dabei ist und die Natur des Geistes eben die Natur des Buddha ist also das das erste stimmt schon mal die Beziehung alles was von Natur aus oder ja das was von Natur aus Buddha ist immer vorhanden in dem was Arne ist so das stimmt zum Beispiel und jetzt wird es natürlich komplizierter wie steht es denn hiermit alles was notwendigerweise Buddha Natur ist wird sterben was sagt ihr ja im Sinn der Non-Dualität ja in der Non-Dualität oder aus der Sicht der Buddha Natur gibt es ja keine Geburt und kein Sterben die Buddha Natur ist ja eben immer da das heißt die kann nicht sterben also ist das was Buddha Natur ist notwendigerweise sterblich würde ich sagen nein Buddha Natur kann ja nicht sterben weil sie ja nicht zusammengesetzt ist ich würde hier gerne einen Error markieren was ja gut ist also wir wollen ja dass die Buddha Natur unsterblich ist ist natürlich nur so ein Begriff aber unsterblich aber so ist es Buddha Natur ist wenn wir das erste Siegel vom Buddhismus angucken ist alles was zusammengesetzt ist ist vergänglich aber Buddha Natur ist eben nicht zusammengesetzt und ist deswegen nicht vergänglich und jetzt hoffentlich kriegen wir das kopfschmerzfrei hin wie ist die dritte Verbindung ist das was unsterblich ist notwendigerweise keine Buddha Natur also gibt es etwas was unsterblich ist aber keine Buddha Natur ist gibt es irgendjemand der dazu was sagen möchte aus Sicht des Buddhismus nein gibt es etwas unsterblich ist keine Buddha Natur dann würde ich wenn du wenn wir jetzt debattieren dann würde ich dich fragen was ist mit der Leerheit ist die ist die ist die Leerheit nicht etwas unsterbliches gehört die Leerheit nicht zur Buddha Natur ist es nicht ein Teil der Buddha Natur genau ein Teil aber wenn wir zum Beispiel die Leerheit von einem Gegenstand gucken also ich sage mal meinen Satz wenn ich hier die Frage bekomme ist alles was unsterblich ist notwendigerweise nicht die Buddha Natur dann würde ich doch sagen aber ich habe ja etwas was unsterblich ist zum Beispiel die Leerheit die ist ja nicht Teil der Buddha Natur das stimmt schon natürlich ja ist tricky genau und jetzt kommt dann nämlich die große Frage was jetzt dahinter steckt und das ist eben das was jetzt ein bisschen so die Antwort auf die Frage hier sein so wohin das Ganze führt dass man dann wirklich jetzt ans kontemplieren kommt wie ist das Verhältnis zwischen Buddha Natur und Leerheit das ist die große Frage und dafür haben wir gleich ich sehe dich da haben ich sehe dich mal denen dass du was sagen willst aber ich will das noch kurz teilen und jetzt kommen wir eben dann noch mal zu diesen Dingen hier die Frage ist ist Buddha Natur gleichbedeutend mit Leerheit weil die Leerheit von einem Tisch hat ja nicht die Buddha Qualitäten würde ich sagen die 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 Buddha Natur ist ja leer aber gleichzeitig voll von Qualitäten oder die Buddha Natur ist aber ein Tisch hat ja vielleicht kein Gewahrsein sondern nur die Leerheit kann man sagen ist also vielleicht nicht gleichbedeutend ist es das ist es total ein Widerspruch auch nicht so richtig weil die Buddha Natur ist ja auch leer also scheint es ein gemeinsamer Länder zu geben ist es vielleicht so dass die Buddha Natur das große ist und Leerheit das kleine ja oder ist es so dass Buddha Natur eins hier ist und Leer das andere und dann eine Schnittmenge ist ich denke auch so wie Wolfgang ich glaube auch dass es eher so zu verstehen und das soll jetzt so ein bisschen zeigen eben dass das total interessant sein kann und wirklich hoffentlich neue Verständnisse wecken kann oder Aha Momente bescheren kann wenn wir wenn wir solche Schlussfolgerungen uns anschauen weil wir dann plötzlich nachdenken müssen ja wie sind die Dinge definiert das sagt der Buddhismus über Buddha Natur wenn wir zum Beispiel Maitreya lesen Uttara Tantra Shasta da wird und das hat Paula mir privat geschrieben es hängt natürlich komplett immer von der Definition ab schreibt sie und im Uttara Tantra Shasta setzt Maitreya eben Suchness oder Leerheit oder Soheit mit Buddha Natur gleich das ist dann natürlich genau dann ergibt sich eben ein völliges Übernachten der beiden Bilder das ist dann deckungsgleiche Mengen aber wiederum andere Belehrungen sagen eben so die fühlenden Wesen haben einen Geist und die Natur des Geistes ist leer aber gewahr oder die Natur des Geistes hat Buddha Qualitäten in sich drin aber die Natur oder die Leerheit eines Gegenstandes ist eben bloße Leerheit die benutzen den Begriff dann von bloßer Leerheit und da sind dann eben keine Qualitäten das heißt ein Tisch kann eben nicht Buddha werden weil ihm weil er nur leer ist aber nicht die Qualitäten eines Buddha hat und nicht das Gewahrsein eines Buddhas hat also ich hoffe dass das ein bisschen klar macht warum das dann interessant oder auch wirklich Verständnis hervorrufen kann wenn man so genau nachdenkt und auch insbesondere wenn man dann verschiedene Aussagen anschaut wenn man zum Beispiel dann Yogacarya mäßig drauf ist oder Chittamatra mäßig wenn man sagt alles ist nur Geist und in der ersten Sitzung hatten wir der Geist ist klar und gewahr und die sagen dass die äußeren Phänomene nur Geist sind dann sind die äußeren Phänomene ja auch klar und gewahr von Natur aus versteht ihr das ist dann schon wieder anders das ist dann schon wieder eine andere Beziehung und ich weiß nicht also ich bin jetzt auf jeden Fall begeistert dass man da eben ja dann wirklich ans kontemplieren kommt einfach nur anhand dieser verschiedenen Möglichkeiten wie die Größenverhältnisse zueinander sind ob es Überschneidung gibt und eben anhand dieser Schlussfolgerung mit diesen drei Elementen ich ich finde es halt einfach immer mit so langweilig oder mit solchen Begriffen wie Obst Pampemuse und Frucht oder Zitrus oder Sokrates Mensch und Sterblich das ist irgendwie klarer wer der größer ist und wer kleiner ist aber hier mit Buddha Natur und Leerheit finde ich auf den ersten Blick eben auch klarer Buddha Natur ist größer wegen des Gewahrseins aber das ist dann wirklich ganz unterschiedlich je nachdem welcher Schule man folgt oder welcher Sichtweise man da folgt Matthias deine Hand ist erhoben ja und zwar ich überlege noch immer ob der Tisch nicht auch ein Buddha werden kann und wenn der Tisch von einem Holzwurm aufgefressen wird dann könnte ja dann auch irgendwann aus dem Holzwurm ein Buddha werden also insofern ist ein Teil des Holzes ja dann auch Buddha also letztlich kann dann nicht auch könnte man nicht auch sagen dass der Tisch dann irgendwann zu einem Buddha wird oder zumindest Bestandteil des Buddhas ist also das ist also wenn wir schon so heute so philosophieren und Fragen stellen dann ja dann können wir auch aus dem Tisch Buddha machen Danke für deinen Mut der Holzwurm der Holzwurm der hat ja einen Geist und der hat die Buddha Natur und der kann Buddha werden yes habe ich gestern erst war das vorgestern Wolfgang glaube du warst doch dabei da habe ich doch so ein Sutra zitiert von Buddha es war von Subahu erbeten das Sutra und da sagt Buddha ja selbst die Würmer Insekten bremsen und so weiter die können alle Buddhas werden deswegen warum ihr Menschen die kostbar menschliche Existenz hat warum macht ihr es nicht ihr könnt es noch viel besser ihr habt viel bessere Methoden das war jetzt nur Nebensatz aber da steht auf jeden Fall ganz klar drin yes Holzwirmer können Buddha werden aber das was wir jetzt Tisch nennen ist ja hat ja kein Bewusstsein oder und ist ja Materie die eben wenn wir das analysieren ja aus kleiner also das ist aus Tischblatt und vier Beinen und Atome und untreibbare Teilchen und so weiter und schließlich Leerheit wo dann in wechselseitiger Abhängigkeit dieses grobe Ding hier entsteht und wir benennen es Tisch wenn jetzt aber der Holzwurm diesen Tisch ist dann ist der Holzwurm ja die Materie die eben von Natur aus leer ist aber nichts von diesem Tisch ist ja wirklich oder andersrum und dieser Tisch hilft dem Holzwurm lange zu leben und gesund zu leben sagen wir mal weil das ist ja das was er essen soll ist deswegen eine super Bedingung dafür dass er Buddha wird Bedingung und dann Gampopa sagt dann noch die unterstützende Bedingung ist dann noch ein Lama da muss also noch ein Holzwurm Lama daherkommen und Belehrung geben und der Holzwurm muss Vertrauen haben aber die Ursache sagt Gampopa ist und bleibt die Buddha Natur des Holzwurms also also wenn wir Joellen Schmuck der Befreiung anschauen und Brigitte kann das schon auswendig da ist die Hauptursache ist die Buddha Natur warum wir Erleuchtung erreichen können und das liegt nur im Holzwurm in dem Fall und dann die günstige oder förderliche Bedingungen sind die Lehrer die Arbeitsgrundlage ist der menschliche Körper oder in dem Fall der Körper des Wurmes und dann eben auch die und der braucht eben dann Holz zum Überleben also Nahrung und Luft und Wärme und so richtige Temperatur und dann die Methoden sind dann wichtig natürlich was der Lehrer lehrt aber ich würde sagen mit großer Sicherheit dass es die Buddha Natur des Wurmes ist die den Wurm zum Buddha macht und der Tisch nur eine Unterstützung ist dabei stimmt es überein oder willst du debattieren nein kann man kann man so sehen ja ist eine Bedingung dafür so kann man sagen letztlich dieses Holz genauso wenig wie dieser Holzwurm werden ja letztlich Butter sondern nur der Geist oder das Geist Kontinuum irgendwann wird ja Buddha also sprich der Holzwurm als solcher wird ja auch nicht erst mal der Buddha sondern der muss ja noch durch viele Wandlungen gehen bevor er dann ein Buddha wird dieses Holz ist die Nahrung eine Bedingung aber das war jetzt auch nur nicht zur Vertiefung das war nur was mir so einfiel wo ich dachte naja jetzt sind wir ja sehr am Philosophieren genau deswegen habe ich auch gerne mitgespielt um eben nach wie vor die Frage zu beantworten warum wir das alles machen jetzt haben wir noch andere Fragen gleich Wolfgang einmal haben wir hier noch die Frage hat ein Baum eine Buddha Natur aus buddhistischer Sicht eben nicht das ist aber auch eine riesen Diskussion heutzutage aber es ist sozusagen kein Daseinsbereich so in den sechs Daseinsbereichen wo wir wiedergeboren werden oder auch nicht im Form- oder formlosen Bereich deswegen würde man sagen wenn man so ganz klassisch sagt dann sagt man die führenden Wesen die haben eben ein Bewusstsein und das Bewusstsein ist per Definition klar und gewahr hat die Buddha Natur und hat die Buddha Natur Qualitäten und die Wesen können Buddhas werden und dann die die Gegenstände da draußen alles alle unbelebten Dinge die können Buddha Bereich werden die nehmen wir jetzt eben als gewöhnlich wahr ich nehme ja nehme ich jetzt mal Wolfgang als Beispiel ich nehme ihn als einen gewöhnlichen schlauen netten Mann wahr aber so eine gewöhnliche Wahrnehmung aber wenn ich Buddha bin das ist jetzt ein schlechtes Beispiel aber dann sehe ich eben dann sehe ich alles als reinen Bereich wenn ich Buddha bin dann sehe ich Wolfgang als das was er wirklich ist als Buddha oder ich sehe die Gegenstände als das was sie wirklich sind nämlich Buddha Bereich oder Mandala sozusagen sozusagen also die unbelebten Gegenstände die die können aus der Sicht nicht Buddha werden aber eben Buddha Bereich werden und Chris sagt haben wir einen Geist Buddha Natur oder hat Buddha Natur uns genau das ist ja die die große Frage wenn wir eben dem achten Karma verfolgen wenn wir gelernt im Uttara Tantraschasta dann geht er davon aus dass dass Buddha Natur und Menschen eben eigentlich gar nicht gar nicht eine Verbindung haben weil ich als Mensch bin aus den fünf Skandas aufgebaut und die fünf Skandas sind nur aus Verwirrung und negativen Emotionen entstanden und das ist sozusagen das was die Buddha Natur ausbremst oder abhält das heißt ich muss diese fünf Skandas auflösen um überhaupt die Buddha Natur zu erkennen aber eigentlich ist es andersrum dass eben die Buddha Natur eigentlich immer da ist und wir wir als Mensch diese fünf Skandas diese Verwirrung Kläschers wir sind das wir sind das Hindernis sozusagen wir blockieren die Buddha Natur im Erwachen das ist wenn wir dem achten Karmapa folgen wo sozusagen gesagt wird die Buddha Natur ganz relativ gesprochen hat uns als Verblendung und das muss beseitigt werden wohin eben viele andere Meister wenn sie über Buddha Natur sprechen also nicht der achte Karmapa und nicht Longshemper und nicht Dolpupar dann viele andere Meister die sagen eben ja wir als schönes Wesen haben einen Geist und die Natur des Geistes ist die Buddha Natur und das klingt dann so als ob wir eine Buddha Natur hätten das ist sozusagen die eine Richtung aber ich finde wie Chris auch andeutet die andere Richtung viel spannender ist man sagt nein die Buddha Natur ist nichts Persönliches sondern die Buddha Natur ist eigentlich der große Raum in dem wir kleines Wesen irgendwie verwirrtes Wesen irgendwie vorhanden sind und wir sind das was zu bereinigen gilt oder was aufzulösen ist und was übrig bleibt ist die Buddha Natur aber ist denn die Buddha Natur nicht ein alles durchdringendes und zwar alles durchdringendes also auch uns natürlich ja ja das genau natürlich aber das Beispiel ist halt so die Buddha Natur ist eher so alles durchdringend wie der Himmel und in dem Himmel ist halt eine Wolke und das bin ich sozusagen meine Verwirkung und meine Gläschers und es ist nicht so dass die Wolke den ganzen Himmel hat wir hat einen Teil des Himmels weil eben der Himmel alles durchdringt also die Wolke hat aber genau die Geräuschenverhältnisse sind eben so die Wolke ist im Himmel und umfasst nicht den ganzen Himmel so rum also das ist die eine größere Menge als Buddha Natur und dann da drin ist dann vielleicht die Wolke und das ist halt finde ich ein sehr spannender Gedanke so also ich finde da kann man wirklich lange drüber kontemplieren wie das Verhältnis ist zwischen mir als fühlendem Wesen und einem Buddha und das ist zum Beispiel auch interessant ich weiß wir sind fast fertig oder eigentlich schon längst fertig mit der Zeit und Wolke wollte auch noch was sagen aber um es noch weiter zu verwirren wir denken ja normalerweise wir denken normalerweise ist es so dass wir die Vase sind und dann ist eine goldene Vase der Geist oder die Buddha Natur in uns Longshemper Dolpufa Achta Kamapa sagen das genau andersrum die sagen so rum die Buddha Natur ist die Vase und ne noch nicht mal man könnte denken vielleicht ist die Buddha Natur die Vase und wir sind irgendwie da drin aber Achta Kamapa und Longshemper und Dolpufa sagen eher so Buddha Natur ist wirklich nicht das eine und und die die Verblendungen sind niemals niemals die Buddha Natur oder es ist vielleicht so ist die Buddha Natur das und hat eine Überschneidung mit dem was fühlende Wesen sind vielleicht ist es das und genau das ist vielleicht eine super Sache darüber mal nachzudenken wie die Verbindung ist zwischen fühlenden Wesen und Buddha Natur oder fühlenden Wesen und Buddha vielleicht bis zum nächsten Mal eins dieser Möglichkeiten es ist exakt das gleiche fühlende Wesen und Buddha Natur haben die überhaupt keine Beziehung ist das eine größer als das andere und wenn ja welches oder sind die nebeneinander und haben eine Schnittmenge und das war wer glaube ich genau bei Chris oder wer auch damit angefangen hat das ist ein spannendes Thema finde ich und und da kann man so vielleicht Chantra Kirtis Ratschlag auch folgen das wichtigste ist das Suchen aber nicht das Finden also darüber kontemplieren und echt überlegen wie ist die Verbindung zwischen fühlenden Wesen und Buddha Natur oder oder fühlenden Wesen und Buddha aber Buddha dann nicht als Person natürlich Buddha Shakyamuni und ich so zwei getrennte das ist klar sondern Buddha als Geisteszustand als verwirklichter als Buddha Geist wie ist da die Verbindung wie versteht man dann Guru Yoga genau das ist so schön eigentlich dass wir darüber sprechen weil da war wirklich eine Frage was bringt das Ganze und das ist auch eine super Frage genau können wir überhaupt einen Segen von da draußen bekommen ist der Guru überhaupt da draußen oder Freizeichen ist der Guru nur eine Reflektion unseres eigenen Geistes oder ist der Guru die Reflektion unserer Buddha Natur oder waren wir noch nie getrennt von dem Guru oder sind wir getrennt vom Guru Fragen über Fragen und die und und ich würde gerne ohne Antwort diese Frage beantworten sondern einfach genau diese Fragen wäre super sich zu stellen kann man Segen erhalten durch eine Einweihung durch den Guru kann der Guru uns erleuchten oder nicht wie gesagt sind wir getrennt waren wir jemals getrennt wie ist die Natur von uns beiden ist die gleich oder verschieden Wolfgang hast du noch was brennendes du hattest dich schon vor langem gemeldet ja mir ist noch klar geworden diese Logik mit diesen drei Elementen die funktioniert nur dann exakt und befriedigend wenn alle drei Elemente genau definiert sind genau da wir aber in dem Bereich wie wir das hatten mit Leerheit Buddha Natur das ist ja alles nicht ganz genau definiert sondern es ist je nach Lehrer oder Schule mal so ein bisschen anders und da ein bisschen anders und deswegen kann man damit anfangen und dann muss man die Begriff die konzeptuelle Ebene verlassen und anders suchen danke und wir hören gleich auf keine Sorge genau Wolfgang und bis auf die sind klar definiert aber wie du dann selbst sagtest in verschiedenen Traditionen oder verschiedenen Lehren eben anders und das ist halt spannend das auch dann auch zu beleuchten naja wenn Yoga Charya sagt alles ist Geist ist dann nicht vielleicht der Tisch auch hat er nicht auch Buddha Natur warum nicht wenn er eine Projektion des Geistes ist wieder nur eine Frage die ich nicht mehr antworten will aber genau das ist auch interessant eben dann wirklich verschiedene Definitionen zu kennen und dann diese darüber dann zu kontemplieren was das dann für Implikationen hat gut lasst uns gerne nächstes Mal noch drüber weitersprechen und ich hoffe es war nicht zu trocken heute ich finde ich habe wirklich überlegt wie aber man muss da durch sozusagen über diese Mengenlehre quasi und dann diese Logik einmal wenigstens und das einfach vielleicht wirklich wendet das mal an wenn ihr irgendwas in der Zeitung lest was euch komisch vorkommt irgendein Satz A ist B weil C oder wie gesagt wenn ihr irgendeine komische Partei irgendwas so schreibt A ist B weil C oder weil auf Facebook jemand was schreibt wie auch immer das ist kann man super super macht dann auch echt Spaß das anzuwenden auch blöde Sachen wie Arne ist ein Pfirsich weil er weil er blonde Haare hat oder was weiß ich ich habe wirklich da hinten aber irgendwas und dann einfach mal gucken was passiert und das das hilft klarer zu denken und und viele Dinge die man einfach so oft annimmt zu dich schauen und das ist wirklich der Sinn und Zweck das Ganze dass wir wirklich die Lehrer sagen wirklich 90% haben wir oft funktionieren wir basierend auf Schlussfolgerungen die eigentlich nicht wirklich wirklich gültig sind und deswegen nehmen wir die Dinge eben nicht so wahr wie sie sind und deswegen geraten wir immer wieder in Schwierigkeiten und bringen andere in Schwierigkeiten und das wollen wir ja nicht mein erstes Ziel ist immer Theravada keinen in Schwierigkeiten bringen zweites ist vom Marjana alle führenden Wesen aus Schwierigkeiten befreien und drittes ist es dann Vatayana den eigenen Geist zu zähmen und genau ich hoffe dass das was wir heute besprochen haben auch da so einen kleinen Beitrag leistet auch wenn es wie gesagt sehr konzeptuell war so ihr bete ups ich weiß nicht ob ihr das so klein seht wie ich mögen die Kranken frei sein von Krankheit und mögen die Krankheiten die die Lebewesen befallen in dieser Welt niemals wieder entstehen mögen die Arzneien wirkungsvoll sein die Mantras die Rezitierenden erfolgreich mögen die Dakinis und Dämonen vom Mitgefühl erfüllt sein möge kein Wesen leiden mit unheilsamen Handlungen behaftet oder krank gering erniedrigt oder unzufrieden sein solange es in der Welt Kranke gibt und ihre Krankheiten nicht geheilt sind möge ich ihre Medizin ihr Arzt und ihr Krankenpfleger sein gut vielen Dank ich hoffe ich hoffe wirklich es war nicht zu strange heute wie gesagt einmal finde ich muss man das mit machen nächstes Mal wird es wieder anders ein ist ein das ist ist Untertitelung des ZDF, 2020